Was ist Kombi-Ticket? Leute wieder näher zusammenzubringen. Meine Kombi-Tickets optimal. Das Bundesland widerspiegeln. Österreich kennenlernen. Nicht aufgrund meines Alters irgendwelche Vorteile haben wir. Ein klassisches Männer-Ticket. Einfach in meiner Komfortzone bleibt. Dazu brauche ich keinen Mut. Die haben auch wirklich Interesse daran und sehen nicht nur das Wirtschaftliche. Die haben mutig rausgeblasen. Wir haben einfach gesagt, wir gehen halt nach Tirol. Was machen wir denn mit denen, die mit dem Zug kommen oder mit dem Fahrrad? Derzeitigen Regional-Tickets sicher noch nicht abgedeckt ist. Lob interessiert mich fast nicht. Bis gestern war der Plan noch so, dass ich alles händisch machen werde, alles händisch verpacken muss. Das Risiko dann ausgerechnet die Matura, ja. Diese Abwechslung zwischen Schule und Unternehmen ernst genommen werden möchte und auch scheitern darf. Auch das gehört dazu. This Future Talk was powered by die Mutmacher.